Das ukrainische Verteidigungsministerium rechnet mit weiteren russischen Angriffen auf die belagerte Millionenstadt Charkiv im Osten der Ukraine. Russische Truppen bereiten sich darauf vor, die Stadt zu erobern, heißt es aus dem Verteidigungsministerium in Kiew in der Nacht auf Dienstag. Auch in anderen Gebieten im Osten der Ukraine haben russische Truppen demnach Verstärkung erhalten. Unterdessen befinden sich etwa 600 russische Soldaten derzeit in Kriegsgefangenschaft der Ukraine. Das sagt die ukrainische Vizeregierungschefin Irina Verestschuk am frühen Dienstagmorgen nach Angaben der Ukrainska Pravda im Einheitsprogramm des ukrainischen Fernsehens. Man suche nach Wegen, über das Rote Kreuz Ukrainer in russischer Kriegsgefangenschaft zu erreichen und wolle Russland dazu bringen, sie freizulassen. In den Gebieten der selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk seien einige Menschen bereits seit 2014 in russischer Kriegsgefangenschaft. Untertitelung des ZDF, 2020